Sehr schön. Angeber. Ja, herzlich willkommen zur 56. Fraktionssitzung am 12.02. der Piraten im Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen auch wieder an unsere Vielzahl von Gästen und Zuschauern. Wir fangen wie immer an und zwar mit dem Vorschlag, dass ich die Sitzung leite. Dass wir eine Tagesordnung beschließen und das letzte Protokoll beschließen. Das wäre dann auch schon der Top 1. Top 2 sind heute ein paar Worte von Gerhard Anger. Top 3 ist Unerledigtes. Top 4 Anträge an die Fraktionsversammlung. Top 5 Termine. Top 6 Berichtige und Sonstiges. Und jetzt kommt noch irgendwas. Dann haben wir davor noch eine kurze Vorstellung eines Praktikanten. Achso, Moment, da bin ich jetzt in den Schleudern geraten. Wir sollten schon noch fragen, ob es noch irgendwie andere Vorschläge für die Tagesordnung gibt oder ob wir die so handhaben wollen. Ich sehe keine anderen Vorschläge. Ich würde gerne bei den Anträgen an die Fraktionsversammlung darum bitten, dass mein Antrag zuerst behandelt wird, weil ich früh weg muss. Ja, ich denke, wir sind da sowieso recht schnell, aber ansonsten können wir das so machen. Und dann kommen wir jetzt auch noch zum Beschluss des letzten Protokolls. Das findet sich in Zeile 60 und da frage ich mal, wer dazu noch Anmerkungen hat oder ob wir das so beschließen wollen. Keine Anmerkungen. Dann frage ich, wer ist dafür. Das sind alle Anwesenden mit den entsprechenden Delegationen, außer dem Gerwald, der sich enthält, und dem Alexander Morlang, der sich enthält, und dem Simon, der sich enthält. Und Susanne, oh, Entschuldigung. Dann kommen wir jetzt zu der, würde ich kurz die Vorstellung von Kalle einschieben und danach dann zum Gerhard kommen. Kalle, ja. Ich denke ja, das geht recht flott. Bitte. Ja. Setzt sich am besten zu Fabio. Ich glaube, die meisten kennen dich auch hier, aber kann ich noch mal ein, zwei Worte sagen. Ich mache es mal ganz kurz. Ich heiße Kalle, bürgerlicher Name Thorsten Grünberg, also wenn ihr irgendwann den Namen seht, dann wisst ihr, wer ich bin. Ich mache jetzt hier seit Montag offiziell Praktikum im Untersuchungsausschuss mit Martin und Herrn Dr. Benedikt Fung-Zung. Und ja, bis 11., bis 8. Mai. Und ja, die meisten kennen mich meistens schon von euch. Ich glaube, fast alle habe ich irgendwie schon mal gesehen. Also, ja, hier bin ich. Gibt es noch Fragen, die ich nicht dann... Bis 8. Mai. Vielen Dank. Bitte. Und schön, dass du da bist. Dann würden wir zu Top 2 kommen und zwar zu Gerhard. Am besten, du setzt dich auch dahin, wo das Mikrofon bereitsteht. Bitte sehr. So, funktioniert das? Ach ja, wunderbar. Sehr schön. Ich finde es ganz spannend, was wahrscheinlich auch irgendwie so an Erwartungen da ist. Mir hat vorher auch ein stadtbekannter Journalist noch eine DM geschrieben. Ja, was werden Sie denn da heute bei der Fraktion erzählen und alles und so. Eigentlich gar nichts Spektakuläres. Ich fange mal so an. Am 18. August 2011 haben wir einen Wahlkampfauftakt gemacht. Da wurde dann eine PM vorbereitet, die mit dem Satz begann, von vielen belächelt und fast in Vergessenheit geraten. Ist die Piratenpartei jetzt bei 4,5 Prozent? Das war ja so das erste Mal, dass wir so eine spektakuläre Umfrage hatten. Ich hatte an dem Tag auch ein Interview mit einer Journalistin vom Cicero, die also gefragt hat, was denn irgendwie so die Ziele wären. Und ich habe gesagt, natürlich ist das Ziel, unter anderem auch ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Und die hat mich dann etwas unglaublich wie so einen Verrückten angeguckt und meinte, ja, ja, dann schauen wir mal und so. Und wir wissen ja dann alle, was ziemlich genau einen Monat später, nämlich am 18. September, dann auch passiert ist und können uns bestimmt auch an diesen Abend noch ganz gut erinnern. Was ja dieses Jahr auch wieder ansteht und für einige von uns hier ist es ja auch nicht die erste, bei der wir irgendwas machen müssen, ist halt dieses Jahr auch wieder eine Bundestagswahl. Und letztlich bin ich wegen dieser Bundestagswahl hier, die ja dieses Jahr stattfinden wird. Was, glaube ich, der Unterschied zu dem letzten Wahlkampf ist, den wir geführt haben und zu dem, was wir dort getan haben, war, ja, dass wir uns erstmal überhaupt ins Gedächtnis zurückgebracht haben. Dass wir sehr viel plakatiert haben, sehr viel auf der Straße standen, sehr viel getan haben, um uns überhaupt bekannt zu machen. Ein Punkt, der damals noch nicht oder letzten Endes gar keine Rolle gespielt hat, war eine Art Realitätsabgleich. Wir konnten den Leuten ganz viel erzählen, was passieren wird und passieren kann und was wir uns für Vorstellungen gemacht haben, wie bestimmte Dinge sich vielleicht verändern, wenn Piraten in einem Parlament sind. Jetzt seid ihr hier, zumindest einige der Leute, die hier sind, seit, ja, doch ungefähr anderthalb Jahren in einem Parlament. Wir werden uns hier in Berlin, aber natürlich auch in den drei anderen Bundesländern, die auch über Landtagsabgeordnete der Piraten verfügen, natürlich auch dazu äußern müssen, was tatsächlich und praktisch und real für Dinge geschehen und sich vielleicht auch, was für Dinge sich vielleicht auch verbessern, wenn Piraten in Parlamenten sind. Das werden Fragen sein, die alle wahlkämpfenden Piraten und ich und ihr und überhaupt alle werden beantworten müssen. Wir werden nicht mehr die Möglichkeit haben, einfach zu sagen, ja, das sind so die Vorstellungen und lesen Sie das Programm. Sondern es werden sicherlich auch sehr viele Fragen kommen, ja, was passiert denn? Was passiert denn Gutes? Was sind denn Erfolge, die vorzuweisen sind und so weiter und so fort? Und genau das ist der Grund, warum ich da bin. Ich glaube, wir brauchen, wir haben gute Argumente und können die auch gut tatsächlich an Wählerinnen und Wähler bringen. Ich glaube aber, und darüber habe ich mich ja auch schon vor einem Dreivierteljahr mal zugegeben sehr, sehr drastisch geäußert, sind im Moment nicht in einem Stadium, wo wir diese Argumente wirklich auch gut rausbringen. Und zwar glaube ich, im Moment ist es so, weder die Partei tut es im Moment in ausreichendem Maße, noch wir zusammen, also als Landesverband Berlin und ihr als Fraktion tun es zusammen in ausreichendem Maße. Und was ich, ja, worauf ich heute letzten Endes hinaus will, ist, was können wir da machen? Ich erwarte da durchaus auch, ich kann Vorschläge machen, ich erwarte durchaus auch von euch Vorschlägen. Einige sind auch gerade schon in Nebengesprächen irgendwie gekommen. Ein gutes und interessantes Thema ist sicherlich der Untersuchungsausschuss zum Flughafen. Das wird aber sicherlich nicht das Einzige sein. Ich habe vor ein paar Tagen schon mal an den Fraktionsvorstand geschrieben, mit der Idee, dass wir vielleicht zwischen Landesvorstand und Fraktion oder Fraktionsmitgliedern, also nicht in einer riesigen Runde, sondern vielleicht in einem etwas kleineren Kreis, einen regelmäßigen Jourfix machen können, um uns mal darüber zu unterhalten, was wir vielleicht auch an gemeinsamen Aktionen planen und durchführen können. Und die Frage ist letzten Endes die, und ich glaube nicht, dass wir da heute jetzt irgendwie zu konkreten Planungen oder sowas übergehen können, wie groß letztlich bei euch da das Interesse ist. Bei mir ist das Interesse sehr groß. Ich möchte da also gerne was machen. Es sind ja auch schon jetzt Dinge angestoßen, zum Beispiel durch dieses Vernetzungstreffen. Ich glaube aber, dass vielleicht noch so eine andere Ebene an der Stelle ganz gut sein dürfte. Und ja, wollte das Thema heute einfach mal anstoßen und mal sehen, was dann vielleicht auch draus wird. Ich weiß nicht, ob es mit dem Jourfix was werden wird, aber letzten Endes ist das eigentlich mein einziges Anliegen. Also ich glaube, dass wir jetzt wirklich damit anfangen müssen, auch als Landesverband und Fraktion wieder deutlich auch mehr miteinander zu machen, auch deutlich mehr zusammenzuarbeiten und eben auch dafür zu arbeiten, dass wir und alle wahlkämpfenden Piraten und ihr und überhaupt gute Argumente auch vorbringen können, wenn wir gefragt werden, was passieren für tolle Sachen, wenn Piraten in einem Parlament sind. Das ist es eigentlich schon. Ja, vielen Dank. Ich denke, du wirst auf einige Gegenliebe hier stoßen, jedenfalls, wenn ich unsere Mitglieder hier so richtig einschätze. Zu dem Jourfix, das finde ich auch eine gute Idee. Ich werde dann nochmal zurückschreiben und Montag 12 Uhr vorschlagen. Müssen wir mal gucken, ob das passt, aber mir würde das passen. Und ja, dann können wir da jetzt gerne zu diskutieren, da solche Diskussionen ja manchmal etwas ausarten, würde ich vorschlagen. Wir machen mal eine erste Runde maximal bis halb und gucken dann mal, ob wir dann noch weiter sprechen müssen oder nicht. Und der Martin hat sich auch schon gemeldet. Bitte. Ja, erstmal plus eins, also dass wir nicht alleine Wahlkampf machen können als Fraktion und der Landesverband oder die Fraktion auch nicht. Und nun, dass wir da helfen, das ist völlig klar. Ja, ich habe auch schon ein paar Ideen, ich denke, das sollten wir tatsächlich in so einer Runde diskutieren, die sich explizit mit dem Wahlkampf beschäftigt. Wir haben ja im Landesverband auch einen Beauftragten für die Koordination des Wahlkampfs, der da sicherlich gerne dabei wäre und sein sollte, allein schon zur Kommunikation. Ich habe noch eine andere Frage, weil ich finde es schön, dass du jetzt hier bist, weil es so selten ist, dass du hier bist und das hätte ich gerne öfter. Bei anderen Fraktionen ist es üblich, dass zumindest der Landesvorstand oder beauftragte Personen der Partei regelmäßig auch in der Runde bei Fraktionssitzungen sitzen. Das ist jetzt bei uns in der Partei nicht so einfach wie bei anderen Parteien, weil zum Beispiel der Landesvorstand einfach nicht Vollzeit bezahlt wird und jederzeit kommen kann. Unabhängig von so einem Genre-Fix-Termin würde ich mich aber freuen, wenn das in Zukunft häufiger passieren kann und würde dich mal fragen, wie die Chancen dafür stehen, dass du oder einer deiner Kollegen uns mal häufiger besuchst und auch dann auf die Finger schaust, wenn wir mal wieder Liquid-Feedback nicht so beachten, wie der Landesverband das gerne möchte oder ähnliches. Ja, du kannst ja gerne direkt darauf antworten. Ja, die Chancen stehen ganz gut. Ich habe jetzt, denke ich, auch in den nächsten Monaten auch für solche Termine ein bisschen mehr Zeit. Also ich denke, das können wir sehr gerne machen. Hinweis, die Landesvorstände werden bei uns nicht nur nicht Vollzeit bezahlt, sondern gar nicht. Christopher? Ich wollte mich einfach Martin und Andreas anschließen. Ich sehe das ähnlich. Ich sehe vor allen Dingen die große Chance, das merken wir ja gerade im Abgeordnetenhaus, dass der Landesverband sich gerade um so Sachen wie Aktionen und Demonstrationen kümmern könnte. Also es ist eher unüblich, dass jetzt eine Fraktion im Abgeordnetenhaus eine Demonstration organisiert. Dafür sitzt sie im Abgeordnetenhaus. Bei einem Landesverband sieht es nochmal anders aus. Und ansonsten, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, das zu verstetigen mit Hinblick auf die Bundestagswahl, würde ich mich persönlich da auch sehr darüber freuen. Ja, gut, dann denke ich, wird sich jeder so seine Gedanken machen und wir werden, ja. Ich schlage dann einfach auch mal vor, ich kann ja dann nächstes Mal auch einfach nochmal vorbeikommen. Und vielleicht können wir dann bei eurer nächsten Sitzung einen kurzen Follow-up-Tagesordnungspunkt irgendwie machen. Ihr könnt euch natürlich auch gerne bei mir telefonisch per Mail oder sonst wie melden, wenn da jemand jetzt Interesse hat, schon mal genaueres zu besprechen oder konkretere, vielleicht auch Terminvorschläge. Das kann also gerne auch jederzeit passieren. Und ansonsten schlage ich halt vor, damit wir jetzt nicht nur alle sagen, ja, ja, wir finden das eine gute Idee und es ist alles sehr schön und so, sondern dann halt auch tatsächlich Folgetermine und Folgeaktionen resultieren. Da jetzt auch dran zu bleiben, dann komme ich einfach bei der nächsten Sitzung. Ihr sitzt nächste Woche auch wieder, oder? Ja, da ist gut, dann zum nächsten Fraktionssitzungstermin einfach wieder vorbeikommen. Vielleicht bringe ich da auch unseren Wahlkampfbeauftragten mit, wenn er Zeit hat, sodass wir da auch wirklich ein Follow-up machen können und das nicht irgendwie im Stadium der allgemeinen Wohlwollensbekundung verbleibt. Gut. Ja, Alko? Terminvorschlag? Ja, jetzt machen wir eine Kalender auf. Ich würde vorschlagen, in zwei Wochen mal nächste Woche ist immer die Vorbereitung der Plenarsitzung, wo es mit den festen Abläufen und mal länger dauern kann. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, an dem Tag das zu machen, weil dann sitzt er im Zweifelsfall zwei Stunden lang oder drei Stunden lang hier rum. Also das eignet sich nicht, weil wir nicht festen Termine an der Stelle machen können. Deswegen in zwei Wochen wäre besser. Alexander? Ja, also danke Gerhard für deinen Besuch heute. Und ich denke, das ist allen klar, dass der Wahlkampf auch die Unterstützung, der Wahlkampf der Berliner Piraten, aber auch der Bundespiraten natürlich, auch die Unterstützung der Parlamentarier und der Fraktionen braucht. Es geht mir dabei vor allem auch um thematische Fragen und die thematischen Fragen sind ja an sich, dafür sind ja auch die thematischen Arbeitsgruppen da. Also wir sind bei den Sozialpiraten zum Beispiel dabei, auch schon Wahlkampfargumente zu erarbeiten für unsere Themen. Aber deswegen finde ich es auch gut, wenn man eben nochmal eine Koordinierungsgruppe hat, die auch guckt, was in den einzelnen Bereichen passiert und da unter Umständen auch Verbindungen zwischen den Parlamentariern und der Partei herstellt. Ja, Gerhard? Gut, was wir vielleicht, ja, wir haben natürlich, weil du jetzt gerade Arbeitsgruppe gesagt hast, nächste Woche am Wochenende ja ein relativ großes Event, nämlich die Landesmitgliederversammlung und dann die Aufstellungsversammlung, was sich ja traditionell immer ganz gut eignet, um für bestimmte Aufgaben Leute zu suchen. Vielleicht sollten wir uns doch, wenn auch dann nicht im Rahmen eben einer Fraktionssitzung nächste Woche, das können wir dann ja auch irgendwie anders machen, zur Not irgendwie uns mal zusammen telefonieren oder wie auch immer, mal schauen, ob wir vielleicht tatsächlich bei der Landesmitgliederversammlung Leute aktivieren können, die genau auch an sowas Interesse haben und da mitmachen wollen. Es hat sich ja, ich meine, ihr habt alle sehr viel zu tun. Für mich oder für uns ist es halt auch nicht das einzige Aufgabengebiet. Insofern immer ja auch ganz gut, wenn man da noch ein paar unterstützende Hände hat, die da vielleicht auch noch bei helfen können. Also sollten wir mal gucken, ob wir da für die LMV oder aus Zellpausen bei der Aufstellungsversammlung, wo dann ja auch immer Zeit ist, da noch mal was zu sagen, dass wir da was vorhaben, dass da was laufen wird, dass wir gerade das irgendwie initiieren. Und wenn es Menschen gibt, die daran Interesse haben, da dran mitzuwirken, die dann eben auch gleich bei der LMV vielleicht zu fragen, die sich dann halt melden können. Gut, vielen Dank. Ich würde dann auch an der Stelle noch mal gerne klarstellen, nicht, dass vielleicht der falsche Eindruck entsteht. Wir planen jetzt also hier gemeinsame Pressearbeit, indem wir also dann die Flyer für den Wahlkampf sozusagen im Abgeordnetenhaus drucken und kopieren, dass wir die Zusammenarbeit natürlich nur innerhalb der Grenzen des Erlaubten machen und uns auch darauf achten werden, dass es eben die strikte Trennung von Fraktionen und Landesverband gibt, dass wir aber durchaus natürlich uns freuen, wenn wir deutlich machen können und auch besonders deutlich machen können, warum es eben wichtig und sinnvoll ist, dass Piraten auch im Abgeordnetenhaus und in Parlamenten grundsätzlich vorhanden sind. Und da geht es ja dann auch um die Kommunikation eben der Arbeit, die wir hier im Abgeordnetenhaus machen. Es wird aber auch keine Veranstaltung oder Ähnliches geben, wo jetzt also die Fraktion aus ihren Mitteln sozusagen dann Wahlkampf betreiben wird. Das nur, um Missverständnissen vorzubeugen. Weil ja das Interesse gerade vielleicht auch besonders groß ist. Jetzt hat sich Gerwald noch mal gemeldet, noch hierzu oder schon zum nächsten Punkt? Ja, das war schon zu dem Punkt, weil das ist aber den Abgeordneten trotzdem nicht verboten, von seinem Einkommen und der Diät etwas dem Landesverband an Geld rüberzugeben, wenn er das denn will. Also die Trennung ist zum Glück nicht. Spenden sind nicht verboten, in der Tat, Gerhard. Spenden sind nicht verboten. An der Stelle gestatte ich mir jetzt auch einfach den Hinweis. Gerwald war in unserer letzten Vorstandssitzung und hat ein Budget beantragt für die Teilnahme des Landesverbands am schwul-lesbischen Stadtfest, wo, wie Sie ja vielleicht auch noch einige erinnern können, wir vor zwei Jahren, als wir die Unterschriften für die AGH-Wahl sammeln mussten, tausend und eine Unterschrift zusammenbekommen haben. Und es geht auch dieses Jahr wieder um eine Teilnahme. Und ich kann an der Stelle nur sagen, unser Schatzmeister und der Landesverband freuen sich in der Tat über jede, sei es auch noch so kleine Spende in dieses Budget, weil es bei uns auch nicht unbedingt so dicke vorhanden ist. Wer also da persönlich ein Interesse daran hat, für die Teilnahme des Landesverbandes an dieser Veranstaltung etwas zu spenden, feel free, das wird gerne gesehen. An der Stelle auch noch mal die Hinweise auf die verlängerte Frist der Verdopplung der Spenden für die Teilnahme am CSD, die der Landesverband ja gemacht hat. Also da hat jeder auch noch ein paar Tage Zeit, sich da zu beteiligen. Gut, dann glaube ich, sind wir heute mit diesem Punkt zu Ende und freuen uns, wenn wir das nächste Mal darauf zu sprechen kommen. Vielen Dank fürs Kommen. Und ja, ich weiß nicht, ob man, wir können das gerne auch noch mal per E-Mail schicken, aber ich glaube, du bist dauer eingeladen gerne hier, weil du sagtest vorhin, es gibt ja manchmal gewisse Voraussetzungen, die du dich freust. Aber ich glaube, ich kann hier eine grundsätzliche Dauereinladung aussprechen, dich hier zu begrüßen. Gut, bis zum nächsten Mal. Dann kommen wir zu Top 3, das ist Unerledigtes. Da steht im Moment nichts. Da werden wir auch noch mal gucken, dass wir den Tagesordnungspunkt in Zukunft etwas besser strukturieren, vielleicht auch noch mal umbenennen, um andere Sachen dort mit aufnehmen zu können. Top 4 Anträge an die Fraktionsversammlung. Da wollen wir jetzt als erstes den Antrag von Fabio machen. Ja, der Antrag lautet, Internet im Abschiebegewahrsam gewährleisten. Hat ein bisschen Vorgeschichte. Die Landesmitgliederversammlung im September hat auf Basis eines Liquid-Feedback-Votums sich positiv dafür ausgesprochen, das als Forderung aufzustellen und die Fraktionen zu bitten, sich darum zu kümmern. Dass es im Abschiebegewahrsam oder im Abschiebeknast eben auch möglich sein soll, das Internet zu benutzen. Hintergrund ist, dass es eben einfach nicht möglich ist. Meiner Ansicht nach liegt es daran, dass von offiziellen Stellen, also vom Senat und so, das vor allem wirklich als Knast wahrgenommen wird. Wo die Leute, also im Gefängnis ist ja so, dass es verschiedene Aspekte gibt für den Vollzug auch Strafe oder Sühne. Im Abschiebegewahrsam ist eigentlich die einzige Funktion, dass sichergestellt werden soll, dass an einem bestimmten Tag X die Abschiebung erfolgreich passieren kann. Das heißt, es gibt keinen Grund, die Leute zu bestrafen. Es gibt keinen Grund, irgendwie Beschränkungen bezüglich Besuchen oder sonstigen Regelungen irgendwie zu machen. Es gibt auch keinen Grund, den Leuten zu verwehren, eigenes Essen zu haben oder so. Es gibt eigentlich auch keinen vernünftigen Grund, dort eben zum Beispiel nicht das Internet zu nutzen oder einen Xbox zu haben oder Fernsehen zu gucken oder was auch immer die Leute machen wollen. Also da scheint es so zu sein, dass eben dieses Modell Knast im Großen und Ganzen auf das Modell Abschiebegewahrsam übertragen wird. Was wir auch schon gesehen haben bei der Sicherungsverwahrung, wo ja auch eben sichergestellt werden soll, dass die Leute nicht auf freiem Fuß sind, aber die Strafe verbüßt ist. Deswegen soll da ja auch laut Bundesverfassungsgericht eben eine klare Trennung sein. Diese klare Trennung muss es eben auch zwischen Vollzug, Strafvollzug und Abschiebegewahrsam geben. So, das war also der Auftrag an uns. Wir haben da jetzt in den letzten vier Monaten ein paar Aktionen vorgenommen. Ich habe eine mündliche Anfrage dazu gestellt im Plenum. Wir haben jetzt neulich nochmal eine, also ich habe nochmal eine kleine Anfrage gestellt, die das auch nochmal konkretisiert. Gibt es im Internet? Ja, nein. Wenn nein, warum nicht? Die Erklärungen des Senats waren zweigeteilt. Zum einen soll der soziale Frieden gewährleistet werden. Es könne nicht sichergestellt werden, dass zum Beispiel bestimmte Informationen an die Abschiebe-Inhaftierten gelangen, die dann dazu führen, dass ihr Seelenfrieden dann gefährdet ist oder sich Verletzungen zufügen oder andere Gefangene angreifen oder Wärter angreifen. Also diese Schiene. Und das andere war dann quasi, ja, also einmal hält eben der soziale Frieden unter den Gefangenen und andererseits eben dann der Seelenfrieden der Gefangenen. Das war so im Grunde genommen die Argumentationsschiene, warum es dort eben kein Internet gibt. Handys mit Kameras sind für uns auch verboten, auch mit ähnlichen Argumenten. Dann könnte man ja irgendwie sich gegenseitig fotografieren und dann wandert das Foto um die Welt, dann passieren da schlimme Dinge. Also, ja, es ist ein bisschen realitätsfern jedenfalls. Und wir haben eben aufgrund dieser Informationslage da jetzt auch keinen großen Bedarf mehr gesehen, noch weiter nachzufragen. Also die notwendigen Informationen lagen vor, da jetzt weiter aktiv zu werden. Trotzdem haben Olli und ich letzte Woche nochmal auch persönlich einen Abschiebegewahrsam in Köpenick besucht, uns das dann vor Ort eben nochmal angeschaut, auch diese Fragen nach diesem Bereich Internet gestellt und dann eben auch nochmal ähnliche Antworten bekommen, wie wir auch schon aus der Antwort unserer kleinen Anfrage erhalten haben. Und aber uns auch persönlich davon überzeugt, dass es eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, das eben auch nicht zu gewährleisten. Ja, dann haben wir uns hingesetzt und haben da jetzt einen Antrag geschrieben, da wir jetzt da machen, ist es einfach reif, der Prozess ist einfach reif, um da jetzt eben aktiv zu werden. Der Antrag ist ein Antrag zur Veränderung der Gewahrsamsordnung, ist allerdings kein Gesetzesveränderungsantrag oder Verordnungsveränderungsantrag, also es ist nichts, wo wir sagen, Paragraf 17 Absatz 3 soll jetzt verändert werden, sondern wir sind da eben im Allgemeinen geblieben, weil wir gesagt haben, wir geben hier einen Impuls und wir sagen klar, was gemacht werden soll, aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, da jetzt exakt den Paragrafen vorzugeben oder ähnliches, auch wenn wir die Paragrafen kennen und es halt auch machen können. Es ist eben in der Gewahrsamsordnung des Landes Berlin klar festgelegt, dass es keinen Internetzugang geben soll, dass der Internetzugang nicht verfügbar ist und dass eben auch Handys, die über Internet verfügen, eben abgegeben werden müssen beim Eingang in diesen Abschiebegewahrsam. Und das soll geändert werden. Die Gewahrsamsordnung soll zum einen eben zulassen, dass Internetzugang möglich ist, also dass man die Handys nicht mehr abgeben muss, wenn sie internetfähig sind. Zum anderen sind wir aber auch der Meinung, dass Internet nicht nur etwas ist, was auch erlaubt sein soll, sondern es soll sogar gefördert werden. Dort sind Menschen, die, auch wenn das natürlich etwas ist, was ich generell scheiße finde, also ist faktisch einfach so, dass der Abschiebeknast noch weiter bestehen wird. Der Antrag, den komplett zu schließen, ist ja im Innenausschuss letzte Woche abgelehnt worden. Da kann man jetzt das noch so dämlich finden, den wird es auch weiterhin geben Das heißt, wir müssen uns eben erst mal auch damit beschäftigen, die Bedingungen dort vor Ort auch zu verbessern. Und ja, der Antrag, deswegen haben wir eben auch gefordert, dass jetzt, also deswegen steht auch im Antrag drin, dass das explizit auch gefördert werden soll, dass also dort auch Rechner, Arbeitsrechner zur Verfügung gestellt werden, damit halt Recherchen vorgenommen werden können, damit man sich vorbereiten kann eben auf die Rückkehr in das Ursprungsland und so weiter und so fort. Ja, also wie gesagt, es ist sicherlich möglich, den Antrag anzugreifen auf der Ebene, dass man sagt, naja, das ist jetzt hier nicht das Dringlichste für Leute, die bald abgeschoben werden. Eigentlich müsste man halt an den Abschiebeprozess insgesamt und an die Situation der Existenz von Abschiebeknästen insgesamt gehen, aber das tun wir auch, ist halt eben eine andere Ebene. Und das wäre dann sozusagen meine Antwort auf die Frage. Ja, also wie gesagt, der Prozess ist angestoßen worden vom Landesverband über Liquid Feedback, über die Mitgliederversammlung, über mündliche Anfrage, kleine Anfrage, Knastbesuch hin zum Antrag, also relativ umfangreicher Prozess. Was jetzt nicht war, war sozusagen, dass jetzt irgendwie irgendwo Widerspruch kam. Also bisher gab es da noch keinen Widerspruch zu der Intention der Sache, aber ansonsten halt eben ziemlich umfangreiche Angelegenheit. Danke. Ja, vielen Dank. Zum Ende hin wollte ich fast nochmal kurz eingreifen, weil du am Anfang schon deutlich gemacht hattest, wie der Antrag entstanden ist. Jetzt habe ich Martin auf der Redeliste und mich. Martin. Ja, danke für den Antrag. Also ich möchte erst mal widersprechen. Ich finde, das ist ein wichtiges Problem. Solange es Abschiebeknäste gibt, muss auch der Zugang zu modernen Kommunikationsmöglichkeiten, gerade für Menschen, die in ein anderes Land reisen müssen und abgeschoben werden, gewährleistet sein. Und es gibt keinen Grund, das haben auch deine Anfragen und die Anfragen, die ja auch in der Diskussion um die anderen Anträge waren, gezeigt, gibt keinen Grund, Menschen Zugang zum Internet zu verwehren. Die halt, meiner Meinung nach, nicht mal Leuten, die in einem Knast sitzen, aber gerade für Menschen, die von der Abschiebung bedroht sind, ist das menschenunwürdig. Und deswegen ist das ein wichtiger Antrag. Ich finde auch, ich wollte nochmal, weil du das auch so mehr oder weniger entschuldigend gesagt hast, du gehst da, oder wir gehen dann da, der Lernungsverband geht dann da mit einer Maximalforderung rein. Und zwar nicht nur, wir erlauben die Nutzung von privaten Internet-Handys und was weiß ich, sondern wir wollen das explizit befördern, weil wir das für eine sinnvolle Maßnahme zur Erleichterung oder zur Verbesserung der Lebensumstände halten. Und das finde ich extrem wichtig, weil wir sollten mehr solche Anträge stellen, wo wir uns dann möglicherweise irgendwo in der Mitte treffen. Und deswegen wollte ich nochmal unterstützen, was der Antrag beinhaltet. Ich finde das auch sehr gut, dass der jetzt so relativ schnell gekommen ist. Gut, vielen Dank. Ich wollte dann nochmal, weil die Frage, eine formale Frage einfach, um das nochmal klarzustellen, fragen, und zwar, weil das in der Vergangenheit manchmal zu Verwirrung geführt hatte, welche Unterschiede gibt es denn in deinem Antragstext zu der Liquid-Feedback-Initiative, die gestellt wurde? Und wenn es keine gibt, ist das natürlich wunderbar. Verstehe das nicht falsch, das ist von meiner Seite aus keine Fangfrage. Also du musst da jetzt keinen Komma-Fehler oder so suchen. Ich muss gerade, wie gesagt, der Prozess lief ja schon ein bisschen länger. Ich habe da ehrlich gesagt mal reingeschaut. Hier ist er doch. Moment, ich schaue einfach mal eben rein. Also es war halt ein sehr simples Begieren. Das soll den Leuten jetzt möglich sein, das zu tun. Gut, also das ist ja okay. Ich wollte nur sozusagen nochmal deutlich machen. Ich habe Ihnen jetzt auch gerade, also der Liquid-Feedback-Antrag mit 156 zu 9 bei 8 Enthaltungen stimmen, war eben auch die Ordnung für den Abschiebungsgewahrsam, also die Gewahrsamsordnung ist, um einen Passus zu ergänzen, der den freien Zugang zum Internet sicherstellt. Und die Anstalt hat einen internen Zugang zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich genau das, was wir im Antrag jetzt auch geschrieben haben. Wir haben geschrieben, ja, es ist eigentlich zu 99 Prozent identisch, würde ich sagen. Gut, also ich habe zu deiner Beruhigung auch keinen Unterschied feststellen können. Ich wollte nur nochmal deutlich machen, naja, dass es eben klar ist, dass wir hier dann nicht irgendwas einreichen, sondern dass wir uns schon an das halten, was wir dann zum Beispiel in Liquid-Feedback auch haben. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen und dann kommen wir zur Abstimmung. Und ich frage, wer dafür ist, diesen Antrag so ins Plenum einzubringen. Und das sind alles nur Ja-Stimmen, inklusive Susanne. Und dann, ja, vielen Dank, ist er angenommen. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist in dem Fall Top 4.1 Moratorium KDU Sozialwohnungen. Und da sagt bestimmt Alexander Spieß was zu. Ja, also zum Dritten. Ich fasse mich kurz. Wir haben es ja schon auf zwei Fraktionssitzungen debattiert. Im Dezember hatten wir den Schluss gefasst, zusammen mit Grünen und Linken diesen Moratoriumsantrag zu stellen. Das sollte eigentlich ein sehr knapper Antrag sein. In der Diskussion wurde dann teilweise etwas aufgebauscht. Ich habe dann, also nachdem eben die Grünen etwas unentschlossen waren, hier noch einmal eine etwas knappere Kurzfassung gemacht, die auch im Liquid zur Abstimmung gestellt. Ergebnis ist, dass die Grünen tatsächlich abgesprungen sind. Die Linken würden den Antrag, den wir auch im Liquid abgestimmt haben, unterstützen. Und deshalb sind wir jetzt soweit, darüber abzustimmen, ob wir den Antrag so einbringen wollen. Gut. Ich, ja, danke für die kurze Vorstellung. Wir hatten ja in der Tat da teilweise auch schon sehr lange drüber gesprochen und ausführlich. Ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr. Wahrscheinlich wurden die nämlich alle schon mal beantwortet. Doch, Martin, bitte. Wir hatten den schon mal besprochen. Es wäre vielleicht trotzdem noch mal sinnvoll, wenn du wirklich ganz kurz sagst, worum es geht und an welchem Punkt die Grünen zum Beispiel jetzt nicht mitmachen wollten, weil ja eigentlich die Initiative von allen drei Oppositionsfraktionen kam. Ich finde den jetzt so, wie er dann jetzt geworden ist, auch sehr viel besser als die vorherigen Anträge. Aber vielleicht sagst du es noch mal für alle. Ja, vielleicht kann ich mich da kurz anschließen, dann muss man es nicht zweimal machen. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz darauf eingehen, tatsächlich, was der Unterschied auch zur letzten Version ist, was sich da noch mal geändert hat seit unserer letzten Vorstellung hier. Also vor allem gekürzt und das Problem, das eigentliche Problem etwas deutlicher reingeschrieben. Und das sage ich noch mal kurz, es geht also um Transferleistungsempfängerinnen und Empfänger. Denen wird ja nach § 22 SGB II die Wohn- und Heizkosten voll bezahlt. Und zwar im Gesetz steht für angemessenen Wohnraum und auch angemessene Heizkosten. Was angemessen ist, legt die Kommune fest. In Berlin wurde das im letzten Jahr in der neuen Satzung, also der Wohnaufwendungsverordnung festgelegt. Und das Problem dabei besteht, dass bei den Mietrichtwerten, die dort festgelegt worden sind, Sozialwohnungen und Wohnungen, die kleiner sind als 40 Quadratmeter, ausgeklammert wurden. Weil die eben relativ teuer sind in Berlin. Die derzeitigen Mietrichtwerte von 4,91 Euro pro Quadratmeter liegen also fast immer deutlich unter den Sozialmieten. Sozialmieten ist ein anderes Problem, ein sehr ärgerliches Problem. Da subventioniert der Staat ja die sogenannten Kostenmieten. Wir haben im sozialen Wohnungsbau Kostenmieten von etwa 12 Euro. Die werden dann vom Staat runter subventioniert auf 7 Euro etwa. Jetzt, da das auch noch zu viel ist, hat ja Müller vorgeschlagen, in Großsiedlungen da auf 5,70 Euro zu gehen oder 5,50 Euro. Das ist aber immer noch mehr als die WAV. Also das Problem ist einfach, dass Sozialmieten und die kleinen Wohnungen in der WAV nicht berücksichtigt worden sind. Das heißt im Prinzip, Mieter von kleinen Wohnungen und Sozialwohnungen aus ihrem Wohnraum verdrängt werden. Wohin sollen die? Das gibt keine Lösung für das Problem, weil es fehlen genau die Wohnungen im einfachen Wohnsegment. Das heißt, in der Regel wird durch dieses Kostensenkungsverfahren nur erreicht, dass die Transferleistungsempfängerinnen und Empfänger aus ihren Lebenshaltungskosten, also dem Grundbedarf, zuzahlen müssen, was dann irgendwann zu Räumungslagen führt, zu Mietschulden und diesem ganzen Problem. Dafür muss es eine Lösung geben. Eine solche Lösung ist nicht in Sicht, weil es gäbe nur zwei Möglichkeiten. Entweder man erhöht die Richtwerte auf die der Sozialmieten. Also aus meiner Sicht muss eine Sozialwohnung eben angemessener Wohnraum sein. Nur das wäre eben nicht gerechtfertigt in der Situation, weil die Sozialmieten viel zu hoch sind. Oder man subventioniert die Sozialmieten wieder weiter runter. Das ist aber genau das Gegenteil dessen, was die Senatspolitik seit ein paar Jahren macht. Das heißt, hier muss darüber diskutiert werden. Und dafür braucht man etwas Zeit. Und deswegen ein befristetes Moratorium, wo dann die Leute, die davon betroffen sind, also wie gesagt Transferleistungsempfängerinnen und Empfänger, die in Sozialwohnungen wohnen, dass da der Druck runtergenommen wird. Also dass sie Angst haben müssen, dass eine Räumungsklage kommt oder dass sie eben obdachlosen Unterkünfte abgeschoben werden. Und in dieser Zeit muss aber eine Lösung für das Problem gefunden werden. Und hier ist genau der Dissens mit den Grünen, weil die Grünen sagen, sie wollen eben eine Lösung vorschlagen für das Problem und die gleich behandeln. Aber dafür braucht man eben noch etwas Zeit. Und wir sagen, wir wollen erst mal sagen Moratorium, um die Zeit zu haben, zu diskutieren. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Und ich frage, wer ist also dafür, diesen Antrag in der aktuellen Fassung einzubringen. Das sind auch wieder alle Anwesenden mit allen Delegationen. Vielen Dank. Geht auch gar nicht anders. Geht auch gar nicht anders. Ich erwähne es trotzdem. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Top 4.3. Top 4.2 hatten wir schon ganz am Anfang. Das war der Abschiebegewahrsein. Und zwar jetzt die Änderung der Geschäftsordnung. Das ist ein Antrag von Christopher. Ich hatte euch ja, ich glaube, in der vorvergangenen Woche eine Mail rumgeschickt zu einem Pad, wo es also um diese Änderung der Geschäftsordnung des Berliner Abgeordnetenhauses geht. Der Text, der jetzt hier vorliegt, ist sinngemäß dasselbe, ist aber nochmal eine andere Formulierung. Ich lese es gerade nochmal vor. Es geht um die kleinen Anfragen und um das Problem, was wahrscheinlich jeder von uns hat, der mal kleine Anfragen stellt, dass die ja gerne mal nicht nach diesen zwei Wochen beantwortet werden, in denen sie beantwortet werden sollen. Und dass die Senatsverwaltung auch mal gerne die Soll-Regelung als eine Muss-Regelung interpretieren und sagen, in der Zeit, in der wir eine kleine Anfrage beantworten müssen, können wir diese Anfrage nicht beantworten. Deswegen beantworten wir sie nicht. Das habe ich als äußerst unbefriedigend wahrgenommen. Deswegen hier dieser Antrag. Sieht der Senat sich nicht in der Lage, die kleine Anfrage innerhalb von zwei Wochen zu beantworten. So ist dies dem fragenden Mitglied des Abgeordnetenhauses unter Nennung eines voraussichtlichen Antwortdatums und den Gründen der Verzögerung unverzüglich, jedenfalls aber vor Ablauf der Frist von zwei Wochen mitzuteilen. Diese Regelung würde also bedeuten, kleine Anfragen sollen nach wie vor innerhalb von zwei Wochen beantwortet werden. Wenn der Senat nach zwei Wochen merkt, dass er nicht in der Lage ist, das zu tun, muss er dem fragestellenden Abgeordneten unter Nennung eines voraussichtlichen Datums und des Grundes der Verzögerung, also nicht nur, ja, ist schwierig, dann sagen, wann die Frage beantwortet wird. Und, ja, das müssen wir auch jetzt nicht groß irgendwie im Plenum debattieren. Und also würde mich einfach freuen, wenn wir diese Änderung der GO hinbekämen. Heiko? Das ist ja ein Problem, was nicht nur wir haben, was ja auch die anderen Fraktionen alle kennen, auch aus den Regierungskoalitionen kennen und auch nicht so lustig finden, weil manche von denen ihre Verantwortung, parlamentarische Kontrolle dann auch wahrnehmen wollen und sich da ebenfalls eingeschränkt werden. Wir kennen das ja auch vom Problem her, man stellt eine kleine Anfrage und bekommt dann nach fünf oder sechs Wochen eine Antwort. Und in dieser Antwort steht dann drin, ja, im Rahmen der kleinen Anfrage konnte diese zeitlich nicht beantwortet werden, obwohl sie schon vier Monate über der Frist waren. Und dann kriegt man dann erst die Antwort, zeitlich konnte das auch nicht beantwortet werden. Also jeder, der das mal mit den Bezirken gemacht hat, kennt das, der kommt dann immer zurück, okay, Bezirke, ja, da können wir dir keine Antwort geben, weil, ehe wir die Bezirke gefragt haben, sind zwei Wochen um und dann haben wir keine Antwort. Aber es dauert ja trotzdem mindestens vier Wochen, bevor man die Antwort bekommt, dass man keine Antwort geben kann. Wenn ich nach zwei Wochen weiß, ich kriege keine Antwort, dann kann ich mich darauf einstellen und kann entweder sagen, okay, gut, dann gebe ich euch mehr Zeit. Oder, was wir ja auch immer hatten, war, dass der Senat dann gesagt hat, okay, mach das in einer großen Anfrage oder so. Aber als wir es dann in einer großen Anfrage gemacht haben, hat er gesagt, das wollen wir eigentlich auch nicht haben, weil da müssen wir ja die große Anfrage beantworten und da, äh, das wollen wir auch nicht schriftlich machen. Deswegen ist es eigentlich ganz sinnvoll an der Stelle. Christopher? Ja, ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt. Durch diese Neuregelung hätte der Senat nicht mehr die Möglichkeit, eine kleine Anfrage nicht mehr zu beantworten. Ja, weil, ähm, in dem Moment, in dem er sie nicht in zwei Wochen beantworten kann, muss er eben ein Antwortdatum, äh, liefern. Martin? Ich kann das auch noch mal, nur noch mal unterstützen, ähm, ich kann mich noch an, aus ältesten Ratssitzungen erinnern, wo sich alle Fraktionen einig waren, dass man da dem Senat die Pistole auf die Brust setzen müsste. Bis seitdem ist nichts passiert. Äh, dann muss halt ein Antrag her. Ich bin auch der Meinung, das kann man durchaus im Plenum, zumindest irgendwie in der zweiten Lesung, äh, mal, äh, mal besprechen. Willst du es gleich abstimmen lassen oder überweisen? Christopher? Äh, äh, das ist ja die Frage, ob man das, äh, gleich abstimmen lassen kann. Ähm, das kann ich ja gerade beantworten, das ist ja ganz einfach. Also wenn jetzt die Koalition sagt, äh, hurra, hurra, das ist der Antrag, auf den wir schon immer gewartet haben, können wir das auch gerne direkt abstimmen. Aber wenn sich da jetzt keine Direktabstimmung abzeichnet, werde ich auch nicht eine solche erzwingen wollen, weil das ist ja dann Quatsch. Ja gut, da muss man das trotzdem vorher, äh, sagen, deswegen frage ich. Ähm, grundsätzlich kann man immer auf den Inhalt, ja, ist so, Christopher, darum bittet der Heiko ja regelmäßig. Ähm, grundsätzlich kann man auf den Inhalt keinen Einfluss nehmen, weil was dann immer noch passieren kann, sind, dass kleine Anfragen halt einfach mit Quatsch beantwortet werden. Aber ich hoffe, da kommen noch mehr Ideen, um den Druck einfach auf den Senat zu vergrößern und auch vielleicht mal die gemeinsame Geschäftsordnung anzugehen, die da noch in der Schwebe ist, also die eigentlich keine rechtliche Grundlage hat. Aber dazu könnte man ja auch mal sich äußern. Fabio? Also ich finde den Antrag gut. Was mich interessieren würde, wäre einfach die Frage, habt ihr mal irgendwie rumgefragt, wie das in anderen Landesparlamenten aussieht, ob es da irgendwelche anderen, also, woran hapert es eigentlich? Gibt es irgendwelche Länder, wo es besser läuft und, ähm, könnte man das irgendwie von denen mal übernehmen? Also es kann ja auch irgendwelche internen Mechanismen geben, vielleicht sind die ja tatsächlich total dankbar, wenn wir denen irgendwelche Vorschläge machen und die dann feststellen, hey, so ist das irgendwie total super, irgendwie, danke für den Vorschlag oder so. Keine Ahnung. Also habt ihr mal rumgefragt? Nö, also jetzt eine Umfrage in anderen Landesparlamenten hat, äh, hier nicht stattgefunden an der Stelle, woran es hapert, habe ich ja vorhin beschrieben. Es, äh, findet immer wieder statt, dass, äh, kleine Anfragen nicht innerhalb von zwei Wochen beantwortet werden und einem dann als Abgeordneten auch eben nicht gesagt wird, wann diese Beantwortung stattfinden wird oder dass sich Senatsverwaltungen darauf zurückziehen zu sagen, ähm, innerhalb dieser zwei Wochen Beantwortungszeit können wir sie nicht beantworten, deswegen beantworten wir sie gar nicht, obwohl es eine Sollbestimmung innerhalb der Geschäftsordnung des Berliner Abgeordnetenhauses ist und keine Muss-Bestimmung. Ja, nur noch mal als Hinweis, also, ähm, es gibt, äh, Abläufe innerhalb des Senats, also die müssen halt immer mitgezeichnet werden, etc. Das heißt, wenn du eine kleine Anfrage stellst, die jetzt, äh, den Senat für Stadtentwicklung, äh, äh, bezieht, die wird dir dann, die reichst du hier ein und die wird dann vom Haus verarbeitet und wird dann halt an die Senatsverwaltung geschickt, aber, also an die Hauptsenatsverwaltung, also, und wird dann von dort aus dann weitergeleitet. Und das sind alles Schritt durch die Zeitkosten, äh, wir haben mit unseren zwei Wochen schon relativ einen knappen Zeitraum an der Stelle und, äh, meistens liegt es halt einfach so ran, dass die halt innerhalb ihrer, äh, ihrer Behörden halt einfach nicht schnell genug halt mitzeichnen, dann muss der Letzte, dann muss der Abnehmer am Ende noch und dann müssen alle unterzeichnet haben, bla, bla, bla. Und wenn du dann noch auf die Bezirke zu Fragen kommst, dann muss man erst ja über die Senatsverwaltung dann in die Bezirke, dann müssen, wenn du alle Bezirke haben willst, dann müssen alle zwölf Bezirke die Informationen liefern und zeichnen. Das heißt, es sind einfach, ähm, Verwaltungsabläufe, äh, bei bestimmten Standardanfragen fragt man sich wirklich, warum werden die nicht rechtzeitig beantwortet und wenn sie begründen müssen, warum sie die nicht rechtzeitig beantworten, glaube ich, dass viele von denen dann rechtzeitig kommen, weil es sind einfach nur, hier, zack, die Information steht sowieso schon irgendwo rum und dann gibst du die raus und warum die jetzt drei oder vier Wochen gedauert hat, verstehst du eigentlich selber nicht. Dann gibt es aber, äh, Anfragen, äh, wo man von vornherein im Prinzip eigentlich selber als Antragsteller schon weiß, dass die länger als zwei Wochen definitiv dauern müssen, weil alleine die Umfragen in Bezirken zum Beispiel länger dauern werden. Und das würde dazu führen, dass der Senat dann einfach, äh, 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 sagen muss, okay, gut, ähm, ich kann die dann in zwei Wochen nicht beantworten aus den Gründen und das ist halt ein großer Vorteil für uns, weil wir dann sehen, warum. Im Selbstwertsfälle können wir dann nämlich Sachen ändern, warum es nicht läuft. Aber zurzeit sehen wir nicht, warum es nicht läuft. Wir wissen nicht, wie die Abläufe sind und was die da implizit gemacht haben. Wenn wir wissen, dass die jedes Mal für die Anfrage nach, äh, wie viele Waffenfunde gibt es bei den Gerichten, jedes Mal dann neue Umfragen machen müssen und das jedes Mal über massenhaft, äh, Tische wandert, dann können wir spätestens beim zweiten Mal uns überlegen, ob wir einen Antrag schreiben, dass diese Gerichte das standardmäßig von sich aus machen müssen, äh, äh, sodass halt diese Zahlen vorliegen und die dann nicht nochmal per Umfragen gemacht werden müssen. Aber diese Prozesse sehen wir nicht. Und diese Prozesse werden dann deutlich, wenn sie es begründen müssen. Gerald? Ja, einerseits habe ich, ähm, zu diesem Thema genau eine kleine Anfrage gestellt. Wie lange dauern kleine Anfragen und warum? Das andere, was mir in der Ausführung des Antrags, der mir vom Grundsatz her gefällt, ein bisschen als Gefahr gesehen wird. Wie wird abgesichert, dass das jetzt nicht missbräuchlich verwendet? Also wie verhindert man das der Senat bei Anfragen, die normalerweise in der Regelzeit beantwortet werden könnten, wenn sie es denn wollten, mit dieser Regelung dann sich ausdehnen können in der Zeit? Und das ist jetzt Termin XY und machen das vermehrt bei den kleinen Anfragen. Weil diese Zwei-Wochen-Frist ist ja auch in den meisten Fällen ja so eine Art Disziplinierung. Und dass es schnell gehen soll. Dass hier sozusagen die Möglichkeit, dass es gegen uns verwendet wird. Also von gut gemeint und dann wird es falsch verwendet. Ja, darauf würde ich noch kurz antworten. Das ist ein sehr guter Punkt, Gerald. Es ist natürlich so, dass wir jetzt im Moment die Situation haben, dass ja diese Soll-Regelung schon vom Senat missbraucht wird. Immer dann, wenn er sagt, naja, wir können es innerhalb von zwei Wochen nicht beantworten. Deswegen beantworten wir es gar nicht. Ich sehe das auch. Es besteht natürlich die Gefahr, dass dann der Senat sagt, ja, wir brauchen für die Beantwortung der kleinen Anfrage ein halbes Jahr. Oder sowas. Aber witzigerweise muss das der Senat ja begründen. Und da, sag ich mal, spielt dann natürlich wieder die Öffentlichkeit eine Rolle. Denn genauso wie wir ja auch unter Beobachtung stehen als Parlamentarier, steht der Senat das ja auch. Und wenn ich da irgendwie eine kleine Anfrage stelle, wo auch einem Normalsterblichen ersichtlich wird, okay, das müsste eine Behörde innerhalb von zwei Wochen können, ja, und dann halt als Antwort kommt, ja, nee, wir brauchen da jetzt halt zwei Jahre für, weil es ist gerade schwierig. Solche Antworten kann man dann ja veröffentlichen. Und von daher sehe ich da jetzt nicht so die große Gefahr des Missbrauchs. Denn damit würde sich der Senat in Berlin halt selber blamieren. Danke. Zwischendurch mal eine technische Durchsage an alle mit Geräten. Wer, so wie ich gerade, auch mal wieder ein Problem mit dem PER-WLAN hier hat, der möge sich doch an Daniel wenden, weil wir das ja im Moment sammeln, solche Störungen, um dem mal auf den Grund zu gehen und um Abhilfe zu schaffen. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zur Abstimmung des Antrags. Und ich frage, wer ist dafür, dass wir den so ins Plenum einreichen? Das ist eine ganz überwirkende Mehrheit mit allen Stimmen. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Schluss unserer Anträge. Und wir kommen zum nächsten Top-Termine. Da sehe ich im Moment noch nichts. Gibt es wichtige Termine? Ich hatte vorhin so ein Klingeln im Ohr. Martin? Nur ganz kurz, ich habe jetzt vergessen, das reinzuschreiben. Ich bin Anfang nächster Woche deswegen auch bei der Fraktionssitzung nicht dabei, weil ich in Brüssel bin beim Treffen der Präsidenten der Parlamente der Hauptstadtregion. Das ist halt so eine Reise. Viel Spaß bei der Reise. Und gibt es noch weitere Ankündigungen, Termine? Ansonsten gibt es wie immer auch die entsprechenden Kalender, wo man nachsehen kann, wenn man Langeweile hat. Und wir kommen zu Top 6, Berichte und Sonstiges. Das empfiehlt sich wie immer anzuhängen. Ja. Alexander? Was die Probleme mit dem PER betrifft, hilft es, die auf der Wiki-Seite, die ich gerade noch mal an alle geschickt habe, zu dokumentieren und nicht einfach erst damit zu überschwemmen. Der hat mir gerade die URL geschickt. Ich habe sie auch noch nicht weitergeschickt. Ich habe auch Probleme, Packet-Loss bei mir. Und der zuständige Mitarbeiter an der IT ist gerade krank. Aber sobald der wieder da ist, wird er unsere Meldungen dann bearbeiten und versuchen, hier ein funktionierendes Netzwerk herzustellen. Okay, vielen Dank. Genau, was Gerwald reingeschrieben hat, nehme ich zur Kenntnis. Wie soll ich das sagen? Der Heiko möchte noch was sagen, bitte. Er war jetzt bisher nur im Protokoll unten drin. Gerwald hat reingeschrieben, dass mit der Vertretungsregelung, wie das mit dem Abstimmverfahren ist. Wir haben es in der letzten Fraktionssitzung ja besprochen und dort entschieden, dass wir das jetzt in Zukunft so machen, dass man halt nicht mehr splitten kann. Ich werde zur nächsten Fraktionssitzung dort dann die Geschäftsordnung dementsprechend anpassen, sodass wir es dann nochmal alles schriftlich haben und damit keine Missverständnisse aufkriegen, wie es anscheinend bei Alexander Morlang der Fall ist, sodass wir es dann fertig, fix und fertig geklärt haben. Gut. Martin? Es gibt ja noch andere GO-Regelungen. Und ich habe mich bereit erklärt, dem Heiko dabei zu helfen. Alex, zur Genese, so wie ich mich erinnere, ist es so, dass wir ein Meinungsbild über die Interpretation des entsprechenden Abschnitts hatten. Und das war sehr eindeutig. Also wir haben da ja nichts Neues beschlossen. Wir haben halt einfach gesagt, wie verstehen wir diesen Abschnitt. Und der wird jetzt nochmal mit Antrag klar geregelt. Zum Einstieg empfiehlt sich durchaus, in der Diskussion empfiehlt sich durchaus, das letzte Protokoll durchzulesen. Und dann kann man ja über weiteres, du hörst, dass Martin und Heiko die GO überarbeiten. Und da kann man ja dann nochmal entsprechende Anliegen oder Wünsche natürlich auch äußern. Ja? Doch. Ich denke schon. Sehr gut. Dann noch ein Hinweis von mir. Ich werde mich mit dem Pupe auch in Zukunft nach der Fraktionssitzung nochmal treffen, um ein bisschen zu podcasten. Und zwar auch über die Fraktionssitzung und so ein bisschen über die Fraktionswoche. Und das soll ab nächster Woche so ungefähr starten. Und ja, wenn ihr da irgendwelche Wünsche noch habt, vielleicht gibt es auch eine Nullnummer, dann immer her damit. Ansonsten würde ich das nur kurz erwähnt haben. Gut, dann sind wir aber am Ende. Und wir sehen uns nächste Woche spätestens wieder. Und zwischendurch hier im Haus auch immer wieder gern. Dann tschüss an die Gäste und ja, bis zum nächsten Mal. == Untertitelung des ZDF, 2020